Ja, zur Entspannung noch ein paar Worte. Viele sind sehr aufgeregt, wenn sie in die Prüfung gehen und das kann natürlich Ressourcen kosten. Also es ist wichtig, dass du dich auch auf dieses Thema gesondert vorbereitest und dir überlegst, wie kannst du es schaffen, dass du möglichst ruhig und entspannt in die Prüfung gehen kannst. Da gibt es natürlich mehrere Methoden und Techniken. Du kannst mit naturheilkundlichen Mitteln arbeiten, Baldrian zum Beispiel. Du kannst psychisch arbeiten, dass du schaust mit einer Entspannungsmethode zu arbeiten und diesen Entspannungszustand mit einem kleinen Anker zu verknüpfen, den du auch in der Prüfung auslösen kannst. Oder du kannst auch einfach mal schauen, woher kommt deine ganze Aufregung, also dass du quasi kognitiv damit arbeitest. Warum bin ich jetzt gestresst? Was sind da für innere Gedanken daran verknüpft? Hat es irgendeine Bedeutung, ganz irrational in meinem Kopf, die es in Wirklichkeit gar nicht hat, die ich vielleicht überarbeiten kann und damit viel entspannter in die Prüfung gehen kann, weil ich weiß, es kann mir nichts Schlimmes passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist ja maximal, dass du die Prüfung nochmal machen musst und auch das wirst du überstehen, falls es soweit ist. Es ist mir zum Beispiel auch passiert, ich musste meine schriftliche Prüfung ein zweites Mal machen, weil ich vor lauter Aufregung Fragen falsch beantwortet habe. Also entspann dich und befasse dich damit, wie du dich entspannen kannst, weil das ist natürlich bei jedem Menschen unterschiedlich individuell. Such dir da jemanden, der dich unterstützt oder arbeite mit deinen eigenen Erfahrungen und Techniken. Du wirst ja Therapeut. Das heißt, es ist ja auch wichtig, dass du mit solchen Situationen umgehen kannst bei deinen Patienten und dementsprechend dann natürlich auch bei dir selbst.